Ja, Freunde, da sind wir wieder. Aufnahme gerade rechtzeitig gestartet. Wo ist das Vieh? Ja, ein bisschen überstürzt die Aufnahme jetzt. Äh, Moment. Es ist kompliziert. Ich weiß jetzt, wie ich ihn anvisieren kann. Aber es ist ein bisschen blöd. Wo ist das Mistvieh? Ah, da. Ah. Ah, Gottverdammt. Ah, es ist ein bisschen kompliziert. Ich muss noch mal was gucken. Äh. Einstellung, Tasten, Belegung. Oh Gott. Er hat schon ein bisschen überstürzt. Willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Äh. Ja. Moment mal. Ich muss noch mal gucken. Mann, ich muss das irgendwie... Äh. Kann ich nicht dauerhaft zielen, ohne das gedrückt halten zu müssen? Das wäre schön. Ein bisschen. Ich probiere mal was. Nee. Doch, geht. Aha. So kann ich auf ihn zielen, ohne was machen zu müssen. Aha. Hehehe. So einfach ist das. Ha, ha, ha. So, komm schon, du Mistvieh. Komm. Wie lange braucht das denn? Um Gottes Willen. Ha. Entwischt. Also wir. Oh Gott. Das nennt man dann Action. Oh Gott. Yes. Ha, ha, ha. Uh, hu, hu, hu. Und? Weg mit dir. Ha, ha. Oh, yes. Oh, hu, hu, hu. Oh, ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Und zielen ohne Ende. Oh Gott, danke. Oh, 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 oh. Oh, um Gottes Willen. Gut gemacht. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf den Stygian. Wer ist der Größte und Böseste von denen? Ja. Wunderbar. Was? Ich will aber aufsteigen. So. Äh, wo ging's lang? Da nicht. Äh, da ging's doch lang. Da war doch ein Tor zu. Das müsste jetzt auf sein, oder? Denk ich. Geht's da lang? Hä? Hallo. Hier will er nicht aufsteigen. Äh, sind wir hier richtig? Ich hoffe es. Oh, das, äh, war actionreich. Aha. Na, okay. Juhu. Hihihi. Haha. Ach, Mist. Mist. Ah, verdammt. Ich muss mal mehr. Oh, aha. Oh, oh, oh. Verdammt. 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 Nein. Ich muss hier kurz weg. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh, das lief ein bisschen schief. Haha. Oh Gott. Ah, er greift aber die anderen bestimmt an, ne? Nein. Oh ja. Leben, 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 leben. Lebenskraft ist schön. Nein, ich muss kurz ne Waffe holen. Ich halte dich zurück. Ah. Yes. Du musst endlich mal sterben. Ist das alles? Ja, reicht doch. Gottes Willen. Ist es jetzt vorbei. Ah, es lief am Anfang ein bisschen schief. Äh, was soll ich? Was willst du von mir? Wir gehen hier nicht weg ohne das Herz des Dygians. Halte weiter Ausschau. Ach komm, geht auch so. Ihr seid eh schon so gut wie tot. Von daher, äh, Wurst. So. Noch mehr. Jetzt nehme ich es aber gleich und ziele mal hier nach vorn. Huch, da oben. So. Reicht doch nicht. Da. Und du dort oben. Aha. Ach man, stirb doch. Ach, noch so einer. Die hören aber auch nie auf. Nix da. Ich bin mächtig. An impressive gun. For an impressive man. Oder so. Ich höre doch immer noch welche. Ich geh mal weiter vor. Na, zum Glück muss man hier keine Deckung suchen. In diesem Spiel. Ha. Ja, immer noch. So. Jetzt aber bitte, ne? Jetzt ist gut. Ich geh mal kurz da hinten die Seelen holen. Ganz unauffällig. La, 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 la. Äh, nein. Huch. Jetzt dürfte ich bitte. Danke. Äh, und Bombs. Und Bombs. Und Bombs. Oh. Da ist was explodiert. Dich nehme ich mit. Weil du bist sexy. Ach ja, und ich kann es dir jetzt auch mal sagen. Ich bin überhaupt nicht so willkommen. Äh, Moment. Kurz gehustet. Ach Gott. Du bist gegen meine Waffe auch schwach. Ihr könnt mir nichts anhaben. So. Ich bin verdammt nochmal unbesiegbar. Äh, äh. Kommt doch. Egal. Also, was ich sagen wollte. Ich habe übrigens gerade kurz geboostet, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Ich habe es vergessen, wenn dann. Bombs. Äh, ja. Ich habe jetzt eine Weile nicht aufgenommen und so. Und, äh. Jetzt die letzten Tage schon. Aber jetzt Darksiders noch. Und jetzt der Tag, an dessen morgen ich diese Folgen aufnehme hier. Da kommen jetzt auch wirklich wieder. Dann folgen online heute. Ab heute wieder. Stirbst du mal? Festgeglittes Miststück. Oh, es ist ein Bräuchschwert. Ich habe eine geile Schusswaffe, die sich... Die nie leer geht. Sexy. Yay. Das war ich. Ich dachte, die wären da unten gelandet. Ich bin dumm. Äh, weg damit. Ich will das mal ins Wasser werfen. Geht das? Ja. Ist irgendwo gelandet. Und hier sind doch sicher wieder solche komischen Fische. Huch. Haha. Na, also, jetzt aber. Jetzt, aber. Hallo? Ja, jetzt. Artefakt Soldat. Sehr schön. Hätte ich einfach ins Wasser springen können? Hätten die mich da noch angreifen können? Ich weiß es gerade nicht. Tauchbeschleunigen. Oder so. Ich will zwar nach oben, aber ich tue es trotzdem. Äh, da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier rüber. Können wir aber nicht. Also müssen wir runter. Aber wohin? Geht's da weiter? Irgendwo? Ich wüsste nicht, dass. Äh, wo geht's weiter? Soll ich nur hier drunter durchtauchen? Wahrscheinlich. Ja, ich sollte nur drunter durchtauchen. Von daher. Jetzt komm... Hier komm ich her. Ich muss da auf die andere Seite durchtauchen. Sehr toll. Na dann. Was soll's? Jetzt sind wir richtig. So, ich frag mich, wann das Dygian kommt. Nein. Haha. Und du bist zerhackstückt. Äh, ich hab mich hochgeglitcht. Yay. Wagt es nicht, meinen Angriff zu unterbrechen. Nein, hab ich gesagt. So, glitsche ich mich mal wieder irgendwo hoch. Setz ich mal. Nein, doch nicht. Yay. Mehrfachtreffer. Wozu auch immer. Und noch ein Zagstücken. Und noch ein Zagstücken. So. Sehr schön. Noch mehr. Die sind eine willkommene Abwechslung zu den Großen. Zu den ganz Großen vor allem. So, mäßig. Kommt her. Oh, tschüss. Haha.